Guten Morgen meine liebe Freunde und Freunde, die nun, ja, Mensch, wir waren gestern, waren wir ganz fleißig, wir sind zu zwei Seiten gefahren und dort haben wir die Sache hingesammelt für die Vogese, ja, wir waren immer bei die Friseursalon gewesen in Badgasse, ja, bei die Anja Gräber, die hat uns ganz viel gegeben, ganz viel Futter für die Pferde und für die Hunde und die Katze und Bett und so, ach, ganz, ganz viel, ich muss Foto machen, muss ich euch mal zeigen, ja, das war ganz super und wir waren dann noch in, 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 in Emmertischweiler waren wir gewählt und dort haben wir noch Sachen gesammelt für die Decke und da habe ich uns so, ja, alles für die Laksadenhof in die Lärmung Gäse, ja, und heute, heute gehen wir nicht sammeln, weil wir sind am Montag noch mal Sachen geprägt, die brauchen wir nicht holen, sie gehen, die ich schon mal geprägt, mhm, also erstmal nochmal Dankeschön, ihr Lieben und ich wünsche euch Tschüss, Tschüss,tah, Tschüss,tah Merlin!